Kapitel 22 Abschnitt 3 Eures Bruders Sündenlosigkeit Das Gegenteil von Illusionen ist nicht Desillusionierung, sondern Wahrheit. Nur für das Ego, für das die Wahrheit bedeutungslos ist, scheinen sie die einzigen Alternativen zu sein und verschieden voneinander. In Wahrheit sind sie gleich. Beide bringen dasselbe Maß an Elend, obgleich jede die Möglichkeit zu sein scheint, das Elend loszuwerden, das die andere mit sich bringt. Jede Illusion trägt Schmerz und Leiden in den dunklen Falten ihrer schweren Gewänder, in denen sie ihre Nichtigkeit versteckt. Von diesen dunklen, schweren Gewändern aber werden die, die Illusionen suchen, zugedeckt und vor der Freude der Wahrheit versteckt. Die Wahrheit ist das Gegenteil von Illusionen, weil sie Freude schenkt. Was sonst als Freude könnte das Gegenteil des Elends sein? Eine Art des Elends hinter sich zu lassen und eine andere zu suchen, ist kaum ein Entrinnen. Im Elend Freude suchen ist sinnlos, denn wie ließe sich Freude im Elend finden? Das Einzige, was in der dunklen Welt des Elends möglich ist, ist, einige Aspekte daraus auszuwählen, sie als anders anzusehen und den Unterschied als Freude zu definieren. Doch einen Unterschied dort wahrzunehmen, wo keiner ist, wird sicher keinen solchen machen. Illusionen tragen nur Schuld und Leiden, Krankheit und Tod zu denen, die an sie glauben. Die Form, in der sie angenommen werden, ist unerheblich. Keine Form von Elend kann in den Augen der Vernunft mit Freude verwechselt werden. Freude währt ewig. Man kann für wahr sicher sein, dass jedes scheinbare Glück, das nicht von Dauer ist, in Wirklichkeit Angst ist. Freude verkehrt sich nicht in Kummer, denn das Ewige kann sich nicht verändern. Der Kummer aber lässt sich in Freude verwandeln, denn die Zeit macht dem Ewigen Platz. Nur das Zeitlose muss unverändert bleiben, doch alles innerhalb der Zeit kann sich mit der Zeit verändern. Wenn aber die Veränderung wirklich und nicht eingebildet sein soll, müssen die Illusionen der Wahrheit weichen und nicht anderen träumen, die nur ebenso unwirklich sind. Das ist kein Unterschied. Die Vernunft wird euch sagen, dass der einzige Ausweg aus dem Elend der ist, es zu durchschauen und in die andere Richtung zu gehen. Die Wahrheit ist gleich und das Elend ist gleich, aber sie unterscheiden sich in jeder Hinsicht voneinander, in jedem Fall und ausnahmslos. Glauben, dass eine einzige Ausnahme existieren kann, heißt, das, was gleich ist, mit dem zu verwechseln, was verschieden ist. Eine einzige Illusion, die man hegt und gegen die Wahrheit verteidigt, macht die gesamte Wahrheit bedeutungslos und alle Illusionen wirklich. Derart ist die Macht des Glaubens. Er kann keine Kompromisse schließen. Und Glaube an die Unschuld ist Glaube an die Sünde, wenn er ein einziges Lebewesen ausschließt und es draußen hält, abseits von seiner Vergebung. Vernunft und Ego werden euch das beide sagen, doch was sie daraus machen, ist nicht dasselbe. Das Ego wird euch jetzt versichern, dass es für euch unmöglich ist, peine Schuld in irgendjemandem zu sehen. Und wenn dieses Sehen das einzige Mittel ist, durch welches man entrinnen aus der Schuld erlangen kann, dann muß der Glaube an die Sünde ewig wehren. Doch die Vernunft betrachtet dies auf eine andere Weise, denn sie sieht die Quelle einer Idee als das an, was sie entweder wahr oder falsch macht. Das muß so sein, wenn die Idee ihrer Quelle gleich ist. Deshalb, sagt die Vernunft, sind auch die Mittel, um entrinnen aus der Schuld zu finden, mehr als möglich, wenn dies dem Heiligen Geist zum Zweck gegeben wurde. Und zwar von einem, für den nichts, was er will, unmöglich sein kann. Das ist eine entscheidende Phase in diesem Kurs. Denn hier muß nun die Trennung zwischen euch und dem Ego vollständig gemacht werden. Denn wenn ihr die Mittel habt, damit die Zielsetzung des Heiligen Geistes erreicht werden kann, dann können sie angewendet werden. Und dadurch, dass ihr sie verwendet, wird euer Glaube an sie wachsen. Für das Ego jedoch muß das unmöglich sein, denn niemand geht daran, etwas zu tun, was keine Hoffnung birgt, jemals getan zu werden. Ihr wißt, dass das, was euer Schöpfer will, möglich ist. Doch das, was ihr gemacht habt, glaubt, es sei nicht so. Jetzt mußt du wählen zwischen dir und einer Illusion von dir. Nicht beides, nein, nur eines. Es hat keinen Zweck, zu versuchen, diese eine Wahl zu vermeiden. Sie muß getroffen werden. Glaube und Überzeugung können sich auf beide Seiten schlagen. Doch sagt euch die Vernunft, dass Elend nur auf einer Seite liegt und Freude auf der anderen. Lasst einander jetzt nicht im Stich, denn ihr, die ihr dasselbe seid, werdet weder allein noch unterschiedlich entscheiden. Ihr gebt einander entweder Leben oder Tod, seid des anderen Erlöser oder Richter, bietet einander Zuflucht oder Verurteilung an. Dieser Kurs wird ganz oder gar nicht geglaubt, denn er ist ganz wahr oder ganz falsch, und man kann ihn nicht ganz oder nur teilweise glauben. Entweder entrinnt ihr dem Elend ganz oder gar nicht. Die Vernunft wird euch sagen, dass es kein Mittelfeld gibt, wo ihr unentschlossen innehalten und damit warten könnt, die Wahl zwischen der Freude des Himmels und dem Elend der Hölle zu treffen. Solange ihr nicht den Himmel wählt, solange seid ihr in der Hölle und im Elend. Da ist kein Teil des Himmels, den ihr nehmen und in die Illusionen einflechten könnt. Noch gibt es eine einzige Illusion, mit der ihr in den Himmel eingehen könnt. Ein Erlöser kann kein Richter sein und Erbarmen nicht Verurteilung. Und die Schau kann nicht verdammen, sondern nur segnen. Der, dessen Funktion Erlösung ist, wird erlösen. Wie er es tun wird, das entzieht sich eurem Verständnis, aber wann, müsst ihr entscheiden. Die Zeit habt nämlich ihr gemacht, und über die Zeit könnt ihr gebieten. Ihr seid ebenso wenig ein Sklave der Zeit wie der Welt, die ihr gemacht habt. Wir wollen uns die ganze Illusion näher ansehen, dass das, was ihr gemacht habt, die Macht hat, seine Macher zu versklaven. Das ist dieselbe Überzeugung, die die Trennung verursacht hat. Es ist die bedeutungslose Idee, dass Gedanken den Geist des Denkenden verlassen, von ihm verschieden sein und im Widerspruch zu ihm stehen können. Wäre das wahr, so wären die Gedanken nicht die Ausdehnungen des Geistes, sondern seine Feinde. Hier sehen wir wieder eine andere Form derselben fundamentalen Illusion, die wir oftmals zuvor gesehen haben. Nur wenn es möglich wäre, dass der Sohn Gottes seines Vaters Geist verlassen, sich anders machen und sich seinem Willen widersetzen könnte, wäre es möglich, dass das Selbst, das er gemacht hat, und alles, was dieses gemacht hat, sein Herr sein sollte. Seht die große Projektion, aber betrachtet sie mit der Entscheidung, dass sie geheilt werden muss, und nicht mit Angst. Nichts, was ihr gemacht habt, hat die geringste Macht über euch. Es sei denn, ihr möchtet weiterhin getrennt von eurem Schöpfer sein, mit einem Willen, der sich dem Seinen widersetzt. Denn nur dann, wenn ihr glaubt, dass sein Sohn sein Feind sein könnte, erscheint es möglich, dass das, was ihr gemacht habt, eurer ist. Ihr möchtet seine Freude zum Elend verurteilen und ihn anders machen. Und das ganze Elend, das ihr gemacht habt, ist euer eigenes gewesen. Freut ihr euch nicht, zu lernen, dass es nicht wahr ist? Ist es nicht eine willkommene Nachricht, zu hören, dass nicht eine einzige der Illusionen, die ihr gemacht habt, die Wahrheit ersetzt hat? Nur eure Gedanken wären unmöglich. Die Erlösung kann es nicht sein. Es ist unmöglich, deinen Erlöser als deinen Feind anzusehen und ihn wiederzuerkennen. Es ist jedoch wohlmöglich, ihn als das wiederzuerkennen, was er ist, wenn Gott es so haben möchte. Was Gott eurer heiligen Beziehung gegeben hat, ist da. Denn was er dem Heiligen Geist gab, damit er es euch gebe, das hat er gegeben. Möchtet ihr nicht auf den Erlöser schauen, der euch gegeben wurde? Und möchtet ihr nicht dankbar die Funktion des Henkers, die ihr ihm gegeben habt, gegen jene austauschen, die er in Wahrheit hat? Empfangt von ihm, was Gott ihm für euch gab, und nicht, was ihr versucht habt, euch selbst zu geben. Jenseits der Körper, die ihr zwischen euch gestellt habt, und leuchtend in dem goldenen Licht, das sie vom strahlenden, endlosen Kreis erreicht, der sich ewig ausdehnt, liegt eure heilige Beziehung, die von Gott selbst geliebt wird. Wie still sie ruht, in der Zeit und dennoch jenseits, unsterblich und dennoch auf Erden! Welch große Macht, die in ihr liegt! Die Zeit hart auf ihren Willen, und die Erde wird so sein, wie sie sie haben will. Hier gibt es keinen separaten Willen und kein Verlangen, dass irgendetwas getrennt sein soll. Ihr Wille kennt keine Ausnahmen, und was sie will, ist wahr. Jede Illusion, die ihrer Vergebung überbracht wird, wird sanft übersehen und verschwindet. Denn in ihrer Mitte ist Christus wiedergeboren worden, um sein Zuhause mit der Schau zu erhellen, die die Welt übersieht. Möchtet ihr nicht, dass dieses heilige Zuhause auch eure sei? Kein Elend gibt es hier, nur Freude. Alles, was ihr zu tun braucht, um hier in der Stille mit Christus zu verweilen, ist, seine Schau zu teilen. Schnell und freudig wird seine Schau jedem gegeben, der nur gewillt ist, seinen Bruder sündenlos zu sehen. Und niemand kann jenseits dieser Bereitwilligkeit bleiben, wenn ihr von allen Wirkungen der Sünde ganz befreit sein möchtet. Möchtet ihr partielle Vergebung für euch selbst? Könnt ihr den Himmel erreichen, solange eine einzige Sünde euch noch immer in Versuchung führt, im Elend zu bleiben? Der Himmel ist das Zuhause der vollkommenen Reinheit, und Gott hat ihn für euch erschaffen. Seht euren heiligen Bruder an, sündenlos wie ihr, und lasst euch von ihm dorthin führen. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020